Prozent Prozent 8 da ist er der eine Hallo ihr Kleinen 8 die gehen so schnell drauf das ist so süß ja aber sind auch sehr schnell ich hab wohl das war das eine das war nur so einen mit neuen okay aber mal habe ich was kaputt deswegen kann ich meine ist auch was kaputt aber okay Boss Fight Hero Brian ne können wir noch nicht können wir noch nicht nein nein wir müssen erst noch diese hässliche Hexe platt machen ok waren wir hier schon ja wir waren glaub überall schon oder ich bin so scharf auf die Hexe zu besiegen äh auf die Spinne ich hab Angst vor der Spinne ach du musst mutig sein dann geht alles das waren wir ja schon mach mal guck mal hier lol ähm ach nee Elite Monster ich schieß es ab aber das ist sehr ineffizient da kommt keiner ich hab ihn gesehen Alter Alter boah wie hier mit Tasten ich vergewaltige mich mausklick 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 aber ich muss schnell was essen ich hab nur noch ein Fleisch oh ich hab noch vier aber ich muss gleich zwei Stück essen mindestens ähm ähm Alter oah mausklick mausklick boah mein Finger wird gleich solche Muskeln haben alle oh ja wollen wir nochmal runter gehen und uns ausrüsten für die letzten Kämpfe aber aber ich würd sagen erst nach Alter stoppt der heute mal ja ich 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 okay lass uns runter jetzt hab ich schon noch ein Fleisch hm ja schön hier gehts auch noch hoch ne echt hier gehts noch hoch ja wollen wir mal hoch und gucken ich bin sehr interessiert gerade ich bin auch da sind schön Balkon mit Ausblick aber sonst nur nichts also nicht so viel eher schwer da und müssen wir hin na okay aber springen naja ich hab Pferder Vollboots hm ich nicht ich hab nur Protection und Unbreaking Unbreaking 10? what the frog? ja haben alle Sachen da bin ich schnell kaputt gehen guck mal hier so ein Viech drin hallo wow was redest du von ein kleines Viech das sind drei an der Zeit springen dabei auf den Leipf der Küche schlagen ok ok wir mal komm mit ich geh runter oder ne Quatsch wollen zu spinnen ja ok gehen wir erst spinnen da gehst grad lang genau ich denke doch hier ach hier Spiders ok soll ich soll ich den Stärke Trank trinken? welchen den Berserker Trank? ich hab einfach nur so einen Trank warte Potion of Strength strength 2 ich hab Berserking Potion wie lange hält die? äh 25 Sekunden 1-30 also komm dann gehen wir erst mal rein Poison Clouds Minions what the fuck? ok trink jetzt ich hab getrunken sterb wo bist du scheiß Spinne? wir können die Spiderwebs zerstören für doch später nötig sein lol ist das die meine Lieblings are coming for you, stinky humans verdammt das ist die, das ist die du ja es ist es ja die Größere schade, dass man nicht nicht spinnen schützen kann nee, weil die können in einem spinnenwegen logischerweise laufen übersteuert so ja keine Verkrall aus ja ja ok nein das hab ich lol Schallplatte echt? hast du getötet? ich weiß nicht, kann sagen hast du nur eine Schallplatte? ich hab schon Plattel ja dann, dass du sie getötet sie so aus alter wir kommen die ganze Zeit hier ich weiß, die Spawn nämlich in Spawnern und die Spawner und die Spawner ich such's grad da hinten da hinten tu's rein ja you're making me angry now i bring chaos to the world and you can't stop me everything with us spawnen da hab ich ja was gegen was ja, mein ich ok bei mir läufst du durch den Boden viel krone ah gut er wird's nochmal herausfordern what the fuck ne, ich hab's nur ausprobiert, ob das geht, aber halbpixel hat dann alles gedacht so jetzt gehen wir uns nochmal ausrüsten für den finalen Kampf oder ja, ich würd's auch sagen, gehen wir runter oder geht das denn eigentlich hier lang, ne? ich guck mal ganz kurz, ob wir alles gemacht haben hier ja, ich muss noch kurz nachgucken die Menschen bei der Seite der Mädchen ist eine Sache, die 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 den von euch kaufen ich habe 22 roten flash noch ich habe nur vier warte ich glaube für knochen kann man sich da auch kaufen nein habe ich da noch was da ist drei spinnenaugen und zwei knochen wochen knochen ja könnte ich noch brauchen ja und spinnenaugen logischer weise auch damit fisch wo aber mit für spinnenaugen kann man auch kaufen so hast du eigentlich gold nuggets bekommen für den kill ja ich habe zwei okay gut auch nicht lasst du 0 schön ist dass wir können uns nichts kaufen wir können es nicht kaufen von den gold nuggets doch mit einem goldenen kann sich börsecken torschen holen wollen wir das noch machen für jeden eine ich habe sie schon gekauft kann sie mir nein sagen hier war in meinem inventar ist so ein chaos das gibt es nicht was denn aus sie das ist so genau sie ja das ist so dass sie dann durch das portal ist die zwei hälfte 2 die ist schön wusst du dass Berserker sich früher Fliegenpilze reingezogen haben um okay wie viel fleisch hast 18 ja komm 9 kriegst du dann komm her ich habe ihn geworfen super wir können wir haben hier oben Lärts kill die Robber ein der 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 in der 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 auch wieder wir haben müssen gespielt zumindest eine stunde glaube ich ja ja ein eineinhalb Stunden oh mein gott na gut sei ein bis zwei stunden und oder verändern ich weiß ja nicht wie lange es noch geht ja noch hier oben in können dann hatten wir es auch wenn da und das ist auch sehr aufhören also ich möchte ja das ist der Köln Rob hier bei uns als Quest 4 und Quest 5 ist Kildewilder und Quest 6 subscribe to Hypixel tja okay so habe ich hier schon also von dem her boss fight hier ob man let's go status field and resurrection hallo hier ob man ja too late stupid humans the wither is alive and soon will be joining us we won't we don't we don't we don't I think you underestimate my stretched humans weiter but the food wo ist er achte sie über eine zentrale ist gehen alter er hat ja so unsichtbare Einheiten ich weiß mit meinem ergebnis von dem jungen will nein ist sie nicht er veröffentlicht ich tötete ihn gerade einfach wie krank Watt ins Messing er wird skeleton King Rises was und näher nicht schon wieder nähe bitte nicht ich mich verarschen das wird die strength posten aber ja ich hab gerade mir die er sagt auch schon reingezogen meinetig ist so mit dem jubel warum ich bin hier gerade nein du hängst an das war bei mir eben auch so nein sagt auch noch ein und ich sag so der startung absehbar im warum noch mal erst wird hier schon tot ja aber ich primär auf hier oben ich war die video all right hier sind so komische andere mit jürgen kopf der unsichtbar ist da komm ich tötte gerade weiter zum Glück hat die keine Abilities mehr der ist so hart Sato ist der war der stärkste Boss bisher fändig der habe ich jetzt einmal gekillt what the wow hab ich bei Sato wieder gespawnt oh oh Sato ist tot und jetzt geht's auf Herobrine Ach schön hab ich gerade Herobrine getötet? weiß ich nicht sieht so aus weil er hat irgendeine Axt na dann ist gut ach komm aber der lebt noch aus irgendeinem Grund verdammt da ist noch so ein unsichtbarer Herobrine die Hext ist tot dann hast du hast du ne Schallplatte jo ja dann tu sie rein man ich sterbe tu sie rein und wenn es seine letzte Tat ist Herobrine I'll avenge your death and bring chaos to their word ach du oh nein wir müssen Herobrine Wither stoppen ich hab ja nicht dämonische ich hab ja dämonische Sachen Jo Herobrine Madness Aches also ne Axt Aches als ob zeig was was macht die für Schaden 15 bis 18 oh kann ich die haben du kriegst hm kannst du ja oh danke warte hast du vielleicht hast du von dem irgendeinen komischen Helm aufgesammelt warte Helm nö nein okay ich hab nämlich alle Sachen vom Dämonen Set außer den Helm äh Dämonic Set hab ich nur die Hose okay egal komm lass gehen warte kurz bitte ähm ja ja wir müssen den Wither stoppen stimmt das tut sollten wir tun ich hab nämlich noch ein paar Schaden schnell schnell sonst geht er durchs Portal lass uns beeilen ich will das Portal hm what the fool wo ist der ja das sind hier Leuchtfeuer ich weiß aber wo geht's lang ich glaub ich hier könnte das sein komm wir hier raus bist du die Tür lang hin ist es hin ich seh nischt